Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf diesem Kanal. Mein Name ist Light und wir spielen Ronin. Ronin ist ein Spiel, das eine sehr coole Spielmechanik hat, aber wir fangen erstmal an mit einem neuen Spiel. Ich hab kurz eingespielt. Es sind fünf. Der alte Mann ist der erste. Er hat den Tod verdient. Um ihn zu finden, muss ich in ihr Netzwerk kommen. Einbrechen. Sorry, ich hab den Text vielleicht schon mal gelesen. Aber nur den hier. Ich hab noch nie über das erste Level hinaus es geschafft, aber es auch nie ernsthaft probiert. Tasse drücken. Dann drücken wir mal eine Tasse. Jetzt lädt das Spiel. Ähm, Ronin ist ein sehr cooles Spiel. Wir sind dieser kleine Typ hier. Bewege dich mit WSD. Sprung mit der Maustaste. Maustaste klingt erstmal komisch, erinnert aber an ein anderes Spiel. Dessen Namen ich gerade nicht weiß und ich möchte jetzt nicht im Steam nachgucken. Aber ihr kennt das sicherlich. Hose hat es schon gespielt und ich hab's auch schon durchgespielt. Und sogar schon recht viele Sachen geschafft. Ich hab grad nicht gelesen, was da stand. Schade. Aber ich weiß ungefähr, wie sie geht. So, wir können durch alle Fenster durchspringen. Irgendwie sind die Wachen auch komplett behindert, wenn man nämlich durch Fenster durchspringt. Hören die das nicht? So, und wir können durch so etwas durchspringen. Wie auch immer das funktionieren soll. Ähm, es funktioniert auf jeden Fall. Und von dem her machen wir das gleich mal. Bäm, bäm, und da ist er tot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich für die Musik irgendwie Probleme kriegen kann. Ich hoffe mal nicht. Ups. Ähm, so. Jetzt kommt das Entscheidende bei Ronin. Kämpfe sind rundenbasiert. Weiche Kugeln durchspringen aus. Ja, rundenbasierte Kämpfe. Hier unten seht ihr es. Hier können wir Play machen. Dann können wir eine Runde springen. Das ist eigentlich eine richtig coole Idee. So, jetzt müssen wir den hier ausschalten. Der schießt. Hier runter. Der schießt. Wir sehen immer, wohin er schießt. Und dann können wir ihn uns schaffen. Tschüss. So, ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Ehrlich gesagt. Habe ich auch noch nie geschafft. Hier können wir einen Schlüssel verwenden. Dann sind wir durch. Und jetzt die Stelle. Die ist interessant. So, kann ich da irgendwie... Ah, cool. Wusste ich auch noch nicht, dass ich das so ein Seil machen kann. So, der Typ ist down. Was cool ist, ihr sehen, wenn wir jetzt hier... Das ist ein Fenster. Wenn wir da vorbeispringen, dann wird uns diese Wache da sehen. Da oben ist aber auch eine Wache, wie ihr seht. Und irgendwie müssen wir jetzt die beiden ausschalten. Möglichst ohne Alarm auszulösen. Also möglichst ohne, dass die uns kriegen oder beide auf uns lusten. Wir können den Fahrstuhl da hochschicken. Dann geht der auf und dann dreht sich diese Wache um. Und dann können wir das Fenster hochklettern, ohne dass die Wache uns sieht. Wir hingehen. Zack. Ist der down. Und da rüber springen. Und den Fahrstuhl herholen zu uns. Und dann, ihr seht, der Typ dreht sich nach einer Zeit wieder um. Also wir könnten uns im Fahrstuhl verstecken und runterfahren. Das ist ja ein cooles Detail, dass wir da sowas dran haben. Jetzt checkt der wieder den Fahrstuhl. Sieht, ach, da ist ja nichts. Dreht sich um. Wir können den Fahrstuhl verlassen. Wir können hier hochspringen. Und auf ihn drauf. So, ohne dass irgendjemand was bemerkt hat, sind wir am zweiten PC gewesen. Sehr gut. Gehen wir hier raus. Hi. Radikale Tour. Aber es muss sein. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folgenparte machen werde. Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung groß von diesem Spiel, wie lange das überhaupt geht. Bonus-Tier. Töte alle Gegner. Ich möchte, ehrlich gesagt, da noch gar nicht hin. Kann ich hier rüber laufen? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann können wir mal gucken. Das sind drei Gegner. Kriege ich das hin? Diesen einen da. Ja, so kriege ich es hin. Okay. So, der will uns anvisieren. Wir dürfen also, wir müssen also weiterspringen. Sonst schießt er auf uns. So, die sind in einer Runde wieder fit. Der nächste Zieler von uns bestimmt gleich. Okay. Den holen wir. Und killen ihn gleich. Okay. Ein weiterer Sprung. Oh. Das wollte ich gar nicht. Egal. So sieht es cooler aus. Und wir haben es geschafft. Wir haben alle Gegner gekillt. Und wir müssen den PC hacken. Begebe dich zum Motorrad. Natürlich fährt der Typ Motorrad. So. Haben wir das geschafft. Wir können übrigens nicht nochmal mit Lehrtags oder so springen. Das ist wie dieses eine Spiel, wo man immer in diese U-Bahn-Schächte reinläuft. Nur halt, dass man hier auf dem Motorrad springt. Keine Alarm ausgelösen. Die Töte alle Gegner. Und verscholen. Die Zivilisten haben wir abgeschlossen. Ich habe keine Zivilisten gesehen. Aber egal. Ähm. Ich habe noch nicht mehr so weit gespielt bisher. Aber jetzt ist alles blind. Wie geht es weiter? Ah, leer hast du. Okay. Ich habe eine Fähigkeit. Oh, es gibt Fähigkeiten. Wie cool ist das denn? Oh, scheiße. Ich bin nicht vorbereitet. Schwert werfen. Wirf dein Schwert nach einem Gegner, wenn du in der Luft bist. Führe eine zweite Aktion pro Runde aus. Hänge einen nichtsahnenden Gegner an die Decke. Täusche und verwehre deinen Gegner. Das Schwert werfen klingt wahnsinnig cool. Okay. Dann würde ich sagen fortsetzen. Wir suchen immer noch nach dem alten Mann hier. Wir müssen irgendwie fünf Leute wohl... Wir sind auf dem Rachefeld so vermute ich mal. Auf eine Wand ziehen, wenn du in der Luft bist, um einen Grafhaken zu finden. Ach, das ist das. Okay. Also ich kann jetzt so und dann... Ah, cool. Ah, wow, ist das cool. Also ich kann auch sagen... Jo. Leer Taste. Leer Taste erhalten. Mach mir diesen Pausenmodus wieder. Ah, cool. Das ist ein Zivilist wahrscheinlich. Ob wir es lief. Okay. Ja, das war zu erwarten, dass das funktioniert. Das ist cool, dass das funktioniert übrigens. Warum macht man so eine Tür? Versteht das irgendjemand? So. Die Musik ist wahnsinnig cool. Ähm. Das was keiner mitkriegt. Alle total retarded in diesem Spiel. Okay, wir versuchen mal was. Ha, ha. Was? Er hat sich doch nicht mal. Ich fühle mich verarscht. Ah, wir müssen hoch. Okay. Dann halt so voll durch. Der holt Alarm. Der holt Alarm. Kein Alarm holen. Danke. So. Bonus-Ziel. Verschonene Zivilisten. Ja. Bau ja nicht kill. Warum denn auch? Wahrscheinlich wieder später noch schwerer. Oh, was macht der? Okay. Ich dachte, der macht den PC wieder an. Ich habe dann irgendwie das Ziel nicht erreicht oder so. So. Ah, er hat Alarm geholt. Ja, das ist nicht gut. Okay, wir laden mal den Checkpoint neu. Weil, nee, ich habe keine Lust, dass... Okay. War der Checkpoint mit oder ohne Zivilisten? Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet uns rausfinden. Ich weiß auch nicht genau. Ich kann diese Dinge nicht anklicken. Ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Wie ich damit denen auslösen kann. Ich habe von dem Spiel allgemein nicht so viel Ahnung, wie ihr seht. Ähm. Also, ich würde gerne in den Raum da drüben. Wir machen erstmal so. Okay, das war nicht so geplant. Nochmal. Und Sprung. Oh, das war knapp. Richtig schön Glück gehabt. So, Fahrstuhl. Sei unser Freund. Da müssen wir schnell sein, wahrscheinlich. Rein, runterfahren. Ja, erstmal die Fahrstuhl machen, natürlich. So, der checkt jetzt erstmal. Jetzt sind die natürlich aufmerksam, aber... Insta-Kill. Es gibt keine Option zum Abschalten. Der Tipp. Es gibt keine Option zum Abschalten der Tipps. Aha. Toller Tipp. Danke. Ich wollte den nicht runterschmeißen, weil da unten sind drei. Wie mache ich das jetzt am besten? Erstmal den hier ausschalten. Oh, das war jetzt nicht besser als gedacht. Oh, ist das Messer werfen gut. Das habe ich, denke ich mal, richtig eingesetzt. Das Messer werfen hier. Danke dafür. Lass mich raus. Oh, nee. Barsch. Äh. Oh, boy. Oh, boy. Kriegen die mich jetzt? Ja. Oh, shit. Okay, das... Okay. Das war weniger geplant. Äh. Scheiß auf den Ausgang. Das mit dem Grappling-Hawk ohne Witz ist... Nein! Ich bin so blöd. Der Messerwurf, der ist ja richtig cool gewesen. Ich mag diese Liebe zu Details. Ich glaube, da geht es vielen ähnlich. Diese Liebe zu Details macht Spiele tausendmal besser. Ich brauche das Fenster nicht zerstören. Ich komme da so nicht ran. Wie komme ich denn da ran? Gar nicht. Keine Ahnung, wie komme ich da ran? Wahrscheinlich von dem Terminal da unten. Ähm. Ich würde gerne... Halt mal. Da kapiert eh keiner, dass ich auf ein Glas kaputt mache, oder? So. Das sieht schon besser aus. Jawohl. Können wir machen das auch cool. Hi. Wollt ihr eigentlich das Messer werfen, aber egal. So, Schlüssel verwenden, hochlaufen. Jawohl, die Tür ist offen. Das heißt, wir kommen auch an den letzten PC ran. Sehr gut. Hier gibt es zum Motorrad. Nichts leichter als das. Ui. Da fahren wir weg. Alter, was für ein cooler Abgang hier einfach nur. Ähm. Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt erst rund 12 Minuten, äh, Videomaterial, aber ich denke, das ist fürs Erste genug. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert. Denn ich werde dieses Spiel jetzt weiterspielen. Ich habe voll Bock drauf. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei.